Und weiter geht's bei Bioshock 2. Jetzt kann ich vielleicht schon sagen, so, und weiter geht's. Ah, nein, leck, 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 leck. Ähm, das könnte ich mir kaum was werden, vielleicht. Komm, vielleicht noch Plasmid-Slot. Leiche erforscht. Die Leiche ist... Weg. Ich bräuchte mal wieder Schrot. So. So, haben wir, glaube ich, mehr gekauft, wie wir brauchen, aber... Egal. So, holen wir die letzten zwei Früchte. So. Wer schießt denn da auf uns? So. Wieso machen die so viel Damage? Heilige Maria. Ich wollte es jetzt nicht hacken. Das hat mir jetzt zu lange gedauert. Und da ging mir auch ziemlich auf den Sack der Kamerad. So. Sammel du mal und lass mich mal bitte. Lass dir die mal kurz einkaufen. So. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Grill nur denn, Daddy. Wir brauchen unbedingt einen Sniper. Das wäre richtig praktisch. So. Bist du fertig? Oh, wir haben halt den zweiten da platt gemacht. Na, ich glaube, das waren wir gar nicht. Ach, warte mal, warte mal. Boah, die Flinkenkugeln sind ja cool. Oh. So, ich hebe dich mal auf. Die Flinkenkugeln sind ja cool. Oh, wir können neue holen. Okay. Nee, warte mal, wir haben doch erst einmal Adam gesammelt. Nein. Ich dachte schon, das ist ein Bug, wo wir jetzt nicht mehr rauskommen. Schöne diese Riesenhandschuhe. Der hat keine Little Sister dabei. Nein. 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 aber anders aus gerade. Na, okay. Du musst ja nicht schlecht sein, an den Pfarrer gebunden zu sein. Aber die Alter hat da eh ein bisschen Schaden weg. Da ist das klar, dass sie das so sieht. Nein! Puh! Hier geht's nicht weiter. Ja, ich versuch's ja. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Okay. Und tschüss. Was? Beim Kacken. Alter. So. So. Das war's, Houdini. Nein! Ah! Treffer! Treffer! Oh-oh! Zack, 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 zack. Next. Es ist Ich glaube, das gefällt den wenigsten, aber sehr viel kann man dagegen ja nicht machen. Außer natürlich, sie aufzuhalten, was wir jetzt machen werden. Gut, da hätten wir noch mal sammeln können, okay. Erst lassen wir mal die Bienen erledigen. Tschüss. Wir können uns immer wieder welche kaufen, also nur die Raketensperre sind aus. So, den Rest machen die Mini-Geschütze. Ah, hallo! Wolltest du mich mal besuchen kommen? Das ist aber nett von dir. So, nehmen wir dich mal wieder mit. Einen Geschütz haben wir ja noch. Einen Geschütz haben wir ja noch mehr. Oh, oh. Also irgendwie... Der stapft hier einfach mal so durch. Hoffentlich greifen die den jetzt nicht an. Nee, gut. Danke, Digga. Ja, die lassen einen auch vorbei, wenn sie nicht gerade eine Little Sister dabei haben. So. Hat er sich einfach mal totgestellt, der Lümmel? Jetzt haben wir, wie viele sind denn da noch? Ja. 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 So, den ersten Hammer schon mal. Die übertreiben sie schon mal ganz gern mal. Bumm. Komm schon. Volltreffer. Tschüss. Nein. Die sind leer. Fuck. So. Mit. Telekinese 2, äh, ich weiß nicht. 215 Atem haben wir. Hmm. Ja, ich weiß nicht. 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 umbringen ich muss ja noch die oder wo ist die alte die geht mir so auf den bis bitte na Geh weg, ich muss da hin. Komm her, Volltreffer, in your face, bitch, nein, 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 wo ist's, oh, Alter, zack, geh mir aus der Sonne, Lady. So einen hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, gut, ich beende die Folge, die ist schon wieder viel zu lang und wir gehen gleich weiter nach dem, ja, tschüss.